Grüße Leute, Willkommen bei Star Wars Jedi Academy und ich wünsche euch wunderschöne Ostern, die dürften ja morgen anbrechen. Ne, warte mal, die sind schon vorbei. Was rede ich eigentlich? Das Let's Play kommt Sonntag. Ist egal, dann sind wir halt mitten in Ostern, Ostern fängt an oder Ostern ist vorbei. Ist mir völlig egal, das ist das Oster-Let's Play. Und Nulldito spielt Animal Crossing, der hätt's gedacht. Was ihr euch jetzt sicherlich fragt, warum zur Hölle Oster-Let's Play? Was hat Star Wars damit zu tun? Ich hab keine Ahnung. Ich hab halt ein Spiel für Ostern gesucht und hab gedacht, ey, bei Star Wars gibt's unterschiedliche Lichtschwertfarben. Äh, das ist es. Verschiedene Farben. Äh, und außerdem verstecken Jedis gerne ihre Schwerter in ihren Mäntel. Ich bin jetzt mit dem Mehrspieler mal reingegangen. Einfach, boah, ist das mega laut. Ich muss mal ganz kurz leiser machen für den Fernseher. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich den Mehrspielermodus damals auf dem PC durchaus gespielt hab, aber nicht so intensiv wie den Einzelspielermodus, weil ich den wirklich gut fand, den Einzelspielermodus. Ähm, wir machen jetzt mal Einzelspieler, starte Einspieler gegen Computergegner. Ne, wir machen mal richtig Gegnersuche. Ich will mal gucken, wer hier online ist. Gegnersuche, starte. Wenn das gar nicht gut wird, dann zeige ich euch, äh, ein Einzelspiel. Und wenn das wiederum nix wird, dann gehen wir direkt in die Story rein. Denn dieses Spiel, Star Wars Jedi Academy, ist sehr umfangreich. Und ich werde das aber jetzt nicht übertreiben, wenn ich mir das mal aufhebe, weil ich dieses Spiel eigentlich mal komplett als Let's Play machen wollte. Einfach komplett am Stück als Let's Play. Und deswegen werde ich das nicht hier, äh, stundenlang machen, sondern nochmal so einen kleinen Ausblick, damit ihr seht, lohnt sich dieses Spiel überhaupt noch. Denn, äh, als Spiel lohnt es auf jeden Fall noch, das kann ich euch sagen, weil es ist ein All-Time-Klassiker von mir. Und ich habe den, frei für alle, ja, wollte ich machen. Hab den geliebt, ähm, und finde das Spiel richtig geil. Die Frage ist nur, wie sie es auf der Switch umgesetzt haben. Denn ich habe auch den Vorgänger davon, äh, Jedi Outcast 2, Jedi Knight, äh, passt, glaube ich. Doch, Gott, dass ich mir den Namen nicht richtig merken kann. Völlig egal. Und das haben sie ein bisschen verhunzt bei der Umsetzung. Und ihr seht gerade, verbinden hier passiert gerade gar nichts. Das heißt, ich gehe mal wieder raus hier, falls ich das kann. Äh, falls ich kann. Uhu. Ähm. Okay, zurück. Machen wir nochmal einzuspiel gegen den Computer gegen, dass ich ein bisschen zeigen kann, was da geht. Äh, es ist halt, auch hier merkt man, keine so richtig schöne Umsetzung. Oh, das sieht gut aus. Äh, ja, weiter. Äh, weil es halt eine PC-Umsetzung ist. Und nie vor Konsole großartig gedacht war. Nur Lichtschwerter? Ja, wir wollen nur Lichtschwerter. Äh, macht die aktivieren? Nein. Kenntnisse macht Jedi Ritter? Naja, sind wir vielleicht nicht ganz. Aber wir machen mal weiter. Ach so, Bots, Minimum. Spielerlimit 8? Na, wir wollen ja maximal Bots haben. Können Padawan. Hahaha. Genau. Wie können Padawan? Wir sind schon richtig Jedi-Meister. Wir können eigentlich nur gewinnen. Ähm. Dieses Spiel hat ein paar der besten Momente, die ich in der Videospiel-Geschichte für mich gehabt, was so Star Wars-Stimmung anging. Beziehungsweise hier sind die Lichtschwert-Gefechte für mich am besten umgesetzt. Von jedem Game. Auch das neue Star Wars-Game, was ich durchgespielt habe, äh, Fall in Order und so weiter, hat da nicht mithalten können. Äh, Charaktermodell. Ach Gott. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wir nehmen mal am besten. Äh, wääh? Ach komm, wir nehmen mal so ein Schmutzbrust Jedi hier. So, so, so ein Bösen. So ein Reborn. Ähm. Lichtschwert können wir uns auch noch aussuchen. Jetzt geht das mit den schönen Lichtschwert-Farben. Wir nehmen das Doppelschwert. Das ist nämlich durchaus effektiv, wenn man mal Leute einfach umknüppeln möchte. Äh. Äh. Ja, wie will ich jetzt die Farbe? So, äh. Einmal mal ein schönes Saftgrün. So ein bisschen Pink, das mal auffallen. Sandgelb. Oder so ein leichter. So ganz schlecht ein bisschen unspektakulär. Blau hat halt jeder. Rot sind halt die Bösen. Dann machen wir jetzt mal hier, äh, äh. Sieht halt unspektakulär aus. Neh mal so ein aufwachendes, äh, äh, Pink. So, wie kann ich jetzt hier meinen Griff wählen? Oh, ist alles mit drin, ist aber übel gestrecktes Bild. Seht ihr das? Das ist viel, viel länger, als es eigentlich sein sollte. Ähm. Das liegt nicht an meiner Videobearbeitung. Das liegt tatsächlich. Das muss ich jetzt alles noch machen. Die Macht. Ja, ist völlig egal, Leute. Ich will einfach mal mitspielen. Einfach mal, mitspielen. Einfach mal loslegen. Okay. Ich muss mich aber auch ein bisschen bei der Steuerung gewöhnen. Wo ist die Säbeln? Äh, wir können treten. Springen. Wir können das Lichtschwert wegstecken. Das ist das, was wir auf keinen Fall haben. Ach, die Schultertaste ist Säbeln. Ne, ob ich mich daran gewöhnen werde, weiß ich auch nicht so richtig. Aber jetzt suchen wir erst mal einen Gegner. Und schön von... Wir sind böse. Das heißt, wir können ruhig mal von hinten einfach reinhacken hier. Interessiert uns gar nicht. Und das sieht jetzt alles noch ein bisschen gefuchtelt aus. Aber früher konnte ich das auch ein bisschen mehr steuern. Wie setze ich eigentlich meine Macht ein? Ich habe keine Ahnung, Leute. Uh. Weg springen. Und schmutzbrüstigen Angriff. In die Deckung rein, wenn noch mal einen Angriff macht. Jetzt. Okay. Vielleicht zeige ich euch doch lieber den Solo-Modus. Denn der Multiplayer hat halt nie diese Facettung gehabt. Der Multiplayer hatte das alles ein bisschen komplexer vom Kampfsystem war. Das wird irgendwie Multiplayer reduziert. Und da wurde ich abgemetzelt. Okay, ich möchte Leute... Äh... Ja, äh... Ja. Ich spiele noch eine Runde mit. Was? Ausgeschaltet? Ja, ich bin ausgeschaltet worden. Jetzt will ich meinen Respawn. Mitspielen. Platz 3. Neustart. Ja, Neustart. Ich will es nochmal probieren. Freifull alle beginnt in wenigen Sekunden. Riespawn liegt dann ewig tot in der Ecke rum. Muss ich... Ist das sowas wie Battle Royale? Last Survivor? So, wo ist denn der Tür? Okay. Okay. Schön wieder hinterrücks. Okay. Jetzt bin ich gesprungen. Action. Ah, da habe ich auch meine Macht. Genau. Den schlagen wir jetzt schön den Rücken rein. Was will er tun? Verliert schön viel Schirm. Aber hat überlebt aus irgendeinem Grund. Warum haben die alle rot? Sie erledigten irgendwie auf Platz 1. Erlaub es ja gar nicht. Ich spiele alle Animal Crossing. Ist unglaublich. Okay, ich verliere ja auch gleich. Haha, Trottel. Wieder einmal weniger. Wichtigste Sache beim Lichtschwertkampf, Lichtschwert wegstecken, wenn man dann cooler wird. Kann ich die Leiche irgendwie... Warte mal, ich wollte das Lichtschwert wegstecken? Boah, ich muss doch die Steuerung noch ein bisschen klarkommen. Oh, die Steuerung muss ich überhaupt umstellen. Ah, da haben wir die Machtkräfte. Die ich wie benutze? Ah, da ist der Schub. Ich will aber nicht der Schub. Äh, da wächst nicht die Waffen. Ich will die Heilung. Schub. Geschwindigkeit. Griff. Habe ich alles nicht. Gut, nutz mal die Geschwindigkeit. Mir egal. So. Geht gleich in den Einzelspielemonos, Leute. Keine Sorge. So. Rückgrat die Macht nutzen. Jetzt habe ich die Geschwindigkeit und kann ihn richtig schön niederknüppeln. Ne, der ist noch da. Komm her. Zeig mal, was du kannst. Fehler. Ja. Muss immer schön tänzeln. Und wenn die zuschlagen, muss man... Oh, der hat mich gut erwischt. Uhu. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich die auf die Fresse haue. Wenn du zu frech wirst. Uhu. Schöner Wattler gelaufen. Hilft mir alles gar nix. Komm her. Ich will dann jetzt hin. Da will ein. Hui. Okay, wir haben ihn ein paar Mal erwischt, glaube ich. Oh, der hat uns... Okay, kann man da oben Heilung? Ja, da oben ist Heilung. Haha. Ja, wir sind böse. Wir dürfen uns erlauben. Hui. Ah, Gott. Ich würde gerne den Stil umstellen vom Lichtschwert auf Einzel. Man hat nämlich mehrere Stil zur Auswahl. Eben im Solo-Monus. Mein Gott. Ich treffe den doch gar nicht so schlecht. Nein. Ist egal. Ich geh mal in so einen Solo-Monus rein, Leute. Äh, hier nur aus dem Maulkriege. So, wie ich es früher in Erinnerung hatte. Aber nicht so schlimm. Denn ich muss euch sagen, der Einzelspieler Morus, da fühlt man sich mächtig. Und ich geh jetzt mal auf den Einzelspieler-Monus. Versuch mal, was in den Bildeinstellungen jetzt zu machen. Das ist nämlich gerade nicht zu ertragen. Oh, Scheiße. Dieses langgezogene, breitgezogene. Uh, wir sind hier im Zeitalter von 16 zu 9. Ist mir doch scheißegal. Spieloption. Sound und Grafik. Ja, was kann ich hier machen? Ah, guck mal. Gar nicht mal so viel. Ey, wenn ich das mal als komplettes Let's Play mache, ne? Leute, ohne Scheiß. Dann ziehe ich das wieder so, wo es früher war. Und nicht einfach nur breit gestretched. Das ist ja furchtbar. Da kriege ich ja gleich wieder, äh... Okay, Steuerung. Da können wir uns auch gleich mal umgucken. Steuerung. Äh, Bewegung. Fündlichkeit. Oben. Sprung. Ja, unten drücken. Benutzen. Äh, oder soll ich das so lassen? Ja, muss es ja. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Äh... Palawan. Dann müssen wir mal Palawan. Ich will euch nochmal kurz mal zeigen, wie das, äh, Game so ist. Und irgendwann in 1000... Nein, nicht jede Ritter. Jede Ritter jetzt einfach. Das bin ich ein bisschen zu furchtsam. Und irgendwann in 1000 Jahren mache ich das so mal ein Let's Play. Noch nicht. Und deswegen machen wir das so kurz nicht. Es gibt auch die Story. Ich will noch ein bisschen was zeigen. Äh, wir können jetzt erstmal hier, erstmal an welche Rasse wir sind. Normalfall nehme ich immer die Menschen. Das möchte ich heute mal vermeiden. Ich möchte aber nicht so ein... Hm, warum nicht? Oh, die sieht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir doch mal hier... Wen haben wir noch zur Auswahl? Mensch weiblich. Mensch männlich. Kalador. Männlich. Rodania. Ne, wir nehmen Twi'lek weiblich. Aber gibt's da noch mehr Auswahl von Gesichtern und so weiter? Oh, wir können die Farbe festlegen. Äh, wer ist mit so einem klassischen... Ne, das sieht scheiße aus. Ein bisschen aus der Hölle? Ne, die wollte ich doch gar nicht. Was rede ich denn überhaupt? Die wollte ich nehmen. Und da können wir jetzt eine Hautfar... Ey, Moment mal. Kann man beim Mensch auch verschiedene... Also nicht Hautfarben wählen? Ne, das sind nur die Klamotten. Feige Leute. Hättet ihr auch mal hier schön den roten Menschen, den grünen und den silbernen Menschen geben können, ne? Ne. Da seid doch wieder hier halbrassistisch. So. Farbe. Aber der kann nicht auch noch die Klamotten anpassen. Nö, dann machen wir's halt mal. Geben wir erstmal hier... Was sind denn das für... Ach, Kopf, guck mal. Wir kacken natürlich die Köpfe wählen. Oh, mit fetten Tattoos. Komm. Also... Ach, die sind netter. So können wir auch mal machen, ne? Torso. Gibt's einen schönen Torso. Mal was knappes anziehen hier. Die Jedi Ausbildung ist hart. Da darf man nicht so viel tragen, weil sie sind dann besser die Rückentattoos. Er sieht ein bisschen schlampig aus, ne? So ein bisschen... Ne, ne. Ja, das sieht aus, als würde sie irgendwo auf dem Hof arbeiten. Das ist mega fragwürdig. Ich glaub, das bleibt das Standard-Outfit. Die beiden noch mal kurz... Alter. Ist das euer Ernst? Was für Outfits habt ihr damals gehabt? Jetzt mal ohne Scheiß. So rennt doch keiner durch die Gegend. Da kriegst du sofort von der Jedi-Polizei hier einen Strafzettel wegen Nuttigkeit. Das ist doch unglaublich. Und das hier... Äh... Warte mal. Dann machen wir mal so, dass es nicht aussieht, als würde sie bei der Taverne arbeiten. Ah, das ist genauso fragwürdig. Der sieht aber wenigstens noch ein bisschen nach Style aus. Es sieht so aus, wie Science-Fiction durchgedreht. Aber immer noch nach Sci-Fi und noch ein bisschen nach Style. Ich bin jetzt nicht der perfekte... Gut, es sieht trotzdem ein bisschen nötig aus. Mir ist es scheißegal. Wir legen noch ein bisschen die Farbe fest. Äh... Hier kompletten Silber. Ne, es sieht so... Rosa. Ach ja, die perfekte Mischung zwischen galaktischer Domina und zarten Mädel mit etwas rosa drin. Ach, Leute! Oder hier mit Flieder. Ey, hört doch auf. Wir nehmen hier schön Silber und dann war's das jetzt, ey. Jetzt machen wir mal weiter. Ja, da wollen wir mal sehen, wie es weitergeht hier. Äh, wie gesagt, von der Story werde ich jetzt nicht allzu viel abspielt. Einfach aus dem Grund, dass wir uns für das große Licht, äh, Lichtschwert fest auf. Genau. Mal wieder die Liederfarbe nehmen. Griff, Schlichter, Vergelter. Konsul, Konsul klickt. Geil. Nimm mal. Kampfstil, Mittel. Ach, wir haben doch gar keine Wahl zwischen Kampfstil. Genauso ist es nämlich, wir lernen später neue Kampfstile, die wir verwenden können. Aber anfangs haben wir nur diesen mittleren, äh, bisschen Furtel. Wir kriegen noch den leichten, also einen schnellen Kampfstil. Wir kriegen dann noch den schweren Kampfstil, wo man die Leute quasi umknüppeln kann. Wir kriegen irgendwann Doppelschwerter oder auch das, naja, zusammenhängende Doppelschwert. Also zwei Schwerter und das Doppelschwert. Ich glaube, so macht es am sinnvollsten, äh, für euch Sinn, dass ihr das mit welchen es richtig behaltet. Ja, Star Wars drückt mal weg. Ich will nicht wieder geclaimed werden für irgendein Video, wo sie zu sagen, Leute, sie haben uns die Zeit geklaut. Wir erreichen in ein paar Minuten die Akademie der Jedi. Star Wars ist da ein bisschen eigen. Ja, ja, okay. Also, ich kann euch die Story nochmal kurz zusammenfassen. Später wird ihr dann nochmal richtig gezeigt. Äh, wir sind ein junger Schüler der Macht. Also, wir wollen es auf jeden Fall werden und gehen zu den kleinen Jedi-Tempel, äh, wo Meister Skywalker uns sagt, nicht los ist. Gehen Sie durch. Gehen Sie zum Tempel. Wir treffen uns beim Shuttle. Genau. Äh, Problem dabei ist, das Schiff ist abgestürzt. Äh, da ist noch ein anderer Jedi. Ein kleiner Jedi-Anfänger. Und der möchte quasi auch mit. Der hat aber kein Lichtschwert, weil er kacke ist. Ähm, aber dafür hat er einen Blaster. Und der kann schon ein bisschen die Macht beeinflussen. Können wir alles nicht so richtig. Wir müssen erstmal gucken, wie es hier lang geht. Äh, und wie man mit einem Lichtschwert werfen kann. Habe ich gerade gemacht, Digga. Okay. Danke, Jaden. Gehen wir zum Tempel. Das Spiel ist schon ein bisschen gealtert, muss ich mal sagen. Aber ist nicht schlimm. Vorsicht, Reuler! Vorsicht, Reuler! Vorsicht, Reuler! Du, 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 du. Wir können doch einfach nicht sehr hoch springen. Später können wir einen Meter hoch springen. Was ballert der denn schon wieder? Ach, der kämpft mit dem vier! So. Schöner Lichtschwert schlagen ins Gesicht. Am Anfang ist das noch ein bisschen unkontrolliert, das was wir machen. Aber später wird das umso intensiver. So. Machen wir einen Schalter auf. Das können wir das. Wir haben keine Machtkräfte. den gegensatz lieben sagt hat er gemacht ein kreischer das dumme ist wenn ich das mit jetzt gerade berichtigt habe dann seht ihr es gar nicht mehr so weit gezogen was glaubt mir sein war furchtbar breit gezogen aus ist mir gerade so im nachhinein jetzt eingefallen nicht dass ihr denkt was hat er denn hat eine macke oder so was hat er auf jeden fall aber ich glaube ein bisschen skaliert haben sie schon also nicht viel bereitet alter das ist sieben ja sogar energie ab wenn er mich anschreien nicht so dass nur meine ohren davon blüten also mit 100 prozent energie ich mache die blöde ohne ende übrigens das wegstecken hat man wegstecken würde ich genau wir haben nicht eine waffen auswahl die kriegen später noch andere knarren aber das ist völlig belanglos weil am lichtschwert sei denn es gibt eine sniper knarren ist durchaus mein gott jetzt wieder mal richtig mit einem schwer ok wir haben noch eine waffe die ist von bedeutung später mal als sniper kann die kann man noch gebrauchen ein paar granaten vielleicht auch noch mal oder so ansonsten erst mal gar nichts muss man gleich komisch zu sagen so er ist sehr motiviert scheiße wir werden jetzt keine story machen was gegen das richtig alles das lichtschwert für das wäre aufbewahren falls ich irgendwann mal mache oh gott jetzt bin ich kurz das menü raus kann deswegen wisst ihr gar nichts passiert ist ihr wisst nicht dass irgendeine dunkle gestalt und das imperium hier ist okay ein lichtschwert tut es habe ich gar nicht mehr so ein gedächtnis dass jetzt schon einer kommt und wir haben erst mal umgeworfen ist immer eine gute taktik super marie springen auf die köpfe zu machen da kann man nicht schön weglatschen manchmal trennen wir sogar körperteile ab leider hier nicht passiert story nein nein keine story die leute soll nicht sehen dass irgendeine hexe die die energie der macht aus der pyramide absaugt er ist auch völlig egal weil die existiert ja eh nicht mehr hat ja george lukas als das abgegeben hat an disney hat komplett also disney hat komplett die story gelöscht hat gesagt er spiele extended universe alles schwachsinn braucht keiner mehr story gelöscht dies ist eines der vielen unterschiedliche klassen wenn du bereit bist jaden geh durch diese tür ja mach ich das ist meine erste hier ist mein erster tag an die akademie und gleich schon mal den jedi meister eine reingebrutzelt ist jetzt nicht der beste einstieg im rahmen kann aber so da oben müsste der opa irgendwann kommen in diesem kurs lernt ihr die hauptkräfte der macht kennen die jeder von uns verfügt der laufe des trainings werdet ihr da neue fähigkeiten ja ja euch steht sowohl die helle aber auch die dunkle seite der macht offen die fähigkeiten allein sind weder gut noch böse ihr einsatz macht den unterschied jeder Jedi ist in anderen bereichen der macht stärker und es liegt an euch aber ich hätte niemals gesagt dass die finstere macht eine option wäre also Leute gut fangen wir an im nächsten raum findet ihr ein paar Trainingsdrohnen mit denen übte den Ingang mit dem Lichtschwert okay Trainingsdrohnen möchte ich kaputt schlagen das war damals schon eine bitchige Mission wenn man die kaum getroffen hat aber ich aktiviere trotzdem mal die kugeln das Lichtschwert wo oder was glocken tun wir automatisch wenn die kleinen viecher nicht so unglaublich beweglich werden genau ich muss trotzdem treffer geben so noch einer schöner schwung in die falsche richtung meine fräulein gut würden wir mal noch eine wir müssen also macht fähigkeiten üben wenn selbst der rothaarer Spinner da ok euer Lichtschwert ist unschätzbar wichtig auch wenn es inaktiv ist kann es eine potenziell gefährliche Situation entschärfen genau weil wir eh noch die große Macht beim Training lernt ihr zusätzliche Kampfstile oh wir können jetzt schon her springen merkt ihr das? ist nicht mehr dieser kleine Hockspunk am Anfang von hier an sprechen wir über den Comlink miteinander hui hui wir verbrauchen eigentlich auch Macht ihr seht hier rechts die Machtanzeige äh neue Information über Missionsziele keine Ahnung ja wie ich hier aufrufe ich denke mal über Plus Minus ja meistern sie den Trainingskurs ok du musst die Macht einsetzen und über die Schlucht springen das sollte kein Problem sein ja ja ich setze die Macht ein und springen über die Schlucht weil ich es kann so wie kann ich jetzt den Machtschub einsetzen früher bei der Tastatur du musst den Schub einsetzen um von hier in den nächsten Bereich zu gelangen äh Schub ja aber wie das ist Lichtschwertwechsel das ist Machtwechsel wie kann ich auf die ach ja ok äh l1 früher ging das mit der Tastatur richtig gut will hatte man sich fertig bin der ist doch nicht rutschauerig okay mein fehler hat uns einen kleinen trainings roboter aufgeheizten zu viel jahr sind äußerst muss erstmal ausweichen und dann ein bisschen lichtschwert werfen wer gibt ein scheiß roboter lichtschwert ja das war's halt wo geht es denn hier weiter immer wie ich das lichtschwert wegstecken also l1 ist kraft aktivierend hat eine sehr tiefe stimmige dame aber ich habe das typ das letzte mal immer als kerl durchgespielt er habe ich meinen typen gespielt sind kenne ich die frauenstimme gar nicht so gut gefällt mir aber ein bisschen tiefer als ich gedacht hätte da war der griff und schön da können wir nämlich durch kontrolpunkt ja macht gespür aber ich brauche das gar nicht weil ich dachte hier waren irgendwelche blöcke die man gar nicht so schlecht sieht die man aus der wand ziehen kann ja hier sind sie doch oder halt mal macht zug macht zug nein okay doch nicht doch hier sagt ich doch macht gespür gespür selber eine junge okay ist das vielleicht noch nicht ganz gereicht gibt es doch noch platz zum ziehen vielleicht soll ich mein macht gespür einsetzen naja komm japan passagen funktionieren späteren bereichen ich relativ gut wenn man viel raum zum springen hat wenn man da viel mehr sprungkraft hat als es jetzt sparkler fall hier ist in diesem livingbereich gar kein ding gar kein problem da lang Ich habe immer hier im Moment den Eindruck, hier bricht irgendwas ein. Warte mal, kann ich das Lichtschweck jetzt mal wegstecken? Das nervt mich. Ich wollte es wegstecken. Danke. Wir sind gleich fertig. Hier müsst ihr schnell sein. Mit der Machtgeschwindigkeit werdet ihr geistig und körperlich schneller und habt mehr Zeit für Entscheidungen. Ah, okay. Wir müssen die Machtgeschwindigkeit einsetzen. Die Tür ist wieder auf? Was muss ich tun, damit die Tür wieder aufgeht? Hier ist oben ein Schalter, oder? Ah, okay. Wir haben noch eine Tür zur Auswahl, die andere öffnet sich, die andere schließt sich. Okay. Wir brauchen die Machtgeschwindigkeit. Dann sind wir nämlich a-schnell und können hier... Das war Lichtschwert aktivieren. Das war die Machtgeschwindigkeit. Uhu, wenn wir machtvoll sind. Alles gar kein Problem. Jetzt wieder da lang, oder? Ja, da haben wir es doch geschafft. Und? Habe ich gewonnen? Das war kein Wettbewerb. Ja, das war kein Wettbewerb, du scheiß Kerl. Schwarzer, du kleiner Spinner. Überspring der Zwischensequenz. Warum habe ich den Typen hier als Rothaarisch gelacht? Ah, Luke, halt die Fresse. Wir machen jetzt noch eine Mission, damit wir sehen, wie das Ganze abläuft, hier, wenn man ein richtig krasser Jedi ist. Aber auch nicht wirklich möchte ich euch zeigen, wie gesagt, eigentlich will ich da hier irgendwann mal, äh, Tatooin, Tatooin. So, Töfe, Worte, Bagura, Händlerrettung, Kultuntersuchung, Corelli. Das machen wir mal. Äh, eigentlich möchte ich jetzt mal komplett zur Hellsplan machen, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Äh, okay, das Erste, was wir uns wirklich holen, ist die Heilung. Habe ich immer die Erfahrung gemacht? Das ist mega geil. Nein, nicht die böse Macht. Erst die Heilung. Okay. Warte mal, haben wir noch einen Punkt übrig oder sowas? Warte mal, auswählen, einsteigende Macht. Ja, das möchte ich machen. Die mittelsten Kräfte steigen automatisch. Ja, habe ich jetzt gemacht. Anweisung für diesen Bildschirm. Äh, das Maximum ist drei Stufen. Und klicken sie auf das Symbol der dunkle Macht. Und dunkle Scheiße. Anweisung auch für diesen Bildschirm. Ja, mache ich doch. Habe ich doch. Ich will doch nicht die Anweisung. Ich habe es doch gemacht. Ich will doch hier nur weiterkommen. Ja, ich kann hell und dunkel wählen. Das ist toll. Habe ich jetzt gemacht? Kann ich jetzt, äh, Waffen. Okay. Ah, jetzt ging es doch. Okay. Als Waffen immer mit dieses und dieses eine gut. Und, äh, gegen Cyborgs. Diese Elektro, diese komische Knarre mit dem Ding da vorne dran. Ach, eine Granate können wir auch noch wählen. Krischtag spielt auch in die Macrossing. Ich muss noch auch wieder in die Macrossing spielen. Äh, und das andere ist halt dieses Snipergun. Aber egal. Äh, jetzt haben wir erstmal ein bisschen was für die Mission ausgewählt, um ein bisschen rocken zu können. Eigentlich brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nicht den Standardblaster, auch wenn der unendliche Energie hat. Das ist auch völlig nutzlos. In diesem Spiel zählt Lichtschwert Action. Und ab und zu mal diese Cyborg-Knarre. Ein paar Granaten und das Sniper-Ding. Ähm, ja. Und Jan hautet den Weequay eins auf die... Okay. Wir werden angegessen. So, hier sind wir richtig. Hier ist unsere erste wichtige Mission. Ihr seht, äh... Okay, der will uns nicht reinlassen. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Aber wir sind ja dafür jene genug, um zu sagen, dass wir hier oben lang laufen können. Das ist irgendein superschneider Zug, der gerade von Piraten irgendwas gehackt wurde oder übernommen wurde. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier klarkommen. Wie gesagt, die meisten Schüsse werden wir automatisch ab. Aber nicht alle, wenn wir noch scheiße sind. Später ist das gar kein Problem. Da können Schüsse uns gar nichts. Hier müssen wir noch ein bisschen flink sein. Ähm, ich würde jetzt gleich schon mal den Machtschub auswählen. Dann können wir nämlich ein bisschen was wegtreuten. Oh, ich hab grad Schaden gekriegt. Oh, C-3PO. Nein, ich wollte es schieben. Wo füllen wir hin? Feiges Hühnchen. Zack. Okay. Hatten sehr viel Energie gekostet. Aber war das gerade C-3PO? Der hängt doch da drinnen rum, oder? C-3PO. Wir können ihn irgendwie aktivieren. Fuck, wenn ich nur wüsste, wie ich... Das ist wirklich C-3PO. Okay. Ja, ein bisschen Energie verloren ist, aber nicht so schlimm. Aber über diese Pipes zu gehen ist doch mega tödlich. Und springen schaffe ich doch auch nicht. Ich muss doch hier rein und was abstellen, hör. Es geht schon wieder los, als ob ich keine Ahnung habe, was ich zu tun habe. Was geht noch im Raum weiter? Du musst dir mal... Alter, wie viele Schläge schaffst du? Eieieieiei. Ich glaube, diese Taste... Ja, jetzt haben wir nämlich den Strom ausgeschalten. Keine Ahnung, wo man überhaupt so viel Saft auf der Leitung ist. Wir können weitermachen. Ich muss mehr lernen, Machtkräfte einzusetzen. Aber der Schub, der funktioniert gar nicht so gut. Wir können am Anfang noch ein paar... Halt... Ah, Steuerung. Ist das mit Gyro-Steuerung? Oh Gott, es ist Gyro-Steuerung. Ich wundere mich die ganze Zeit. Zur Erklärung, wir brauchen also praktisch den Joy-Con ein bisschen Wegel. Und dann verändert sich unsere Kameraperspektive. Ist nicht das Beste, was man steuerungs-technisch machen kann. Das muss ich dann irgendwann mal abstellen. Ist vielleicht lustig, wenn man denkt, man kann... Oh Gott, ich habe mich schon unten gesehen gerade. Gyro-Steuerung für den Arsch. Mag ich in keinem einzigen Spiel. Bei der Wii hat das alles noch Sinn gemacht, weil es komplett auf die Gyro-Steuerung gesetzt hat. Aber so halb-halb, gerade bei Shootern, ekelhaft. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, als ich dann bei Shootern dauernd daneben geschossen habe. Und da habe ich gemerkt, okay, Gyro-Steuerung ist ein. Du kannst so gut Schuhe schießen, als auch damit. Und dann war das Ganze für den Arsch. Ja, haha. Gut, ich hätte vielleicht noch ein bisschen weiter vorgemusst. Sie sind tot. Kontrollpunkt Laden. Danke sehr dafür. Danke, dass ich tot bin. Nein, Jan hat den Mut. Wir wissen jetzt, wie es geht. Leider haben wir kurz versagt. Aber jetzt wähle ich gleich mal Geschwindigkeit. Nein, halt. Ach, so wählt man die Blaster aus. Geschwindigkeit wählen wir. Gespür. Ich habe ja noch die Heilung. Ich bin der dümmste. Äh, Gespür. Wo haben wir die Geschwindigkeit? Okay. Nee, wir nehmen jetzt keine Knarre. Obwohl, ich könnte euch ein bisschen Knarren-Action zeigen. Aber erstmal, äh, jetzt nehmen wir den hier ab. Und setzen die Geschwindigkeit ein. Halt mal, ich will zuschlagen, will ich eigentlich. Und nicht die ganze Zeit auf den rumspringen. So. Aber den könnten wir jetzt mal mit der Knarre besiegen. Einfach mal, um es euch gezeigt zu haben. Der Sniper. Okay. Der, äh, ist nicht so gut. Nein, komm. Hehe, schön mit der Granate weg. Das habt ihr jetzt gar nicht richtig gesehen, oder? Ich war so stolz auf diesen geilen, äh, Sniper-Kill. Und ich hab den gar nicht richtig gesehen. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit hier rein. Und wir sind mega schnell. Müssen wir nur noch treffen. Okay, wir werden später noch viel, viel schneller durch die Geschwindigkeit. Das ist jetzt erstmal nur... Alter. Stauern muss ich dringend noch ein bisschen üben, dass die Lüchtschwert-Schläge richtig exakt werden. So, das haben wir jetzt geschafft. Und ich hoffe, jetzt verreck ich nicht so jämmerlich wieder, wenn ich den Sprung nicht ganz schaffe. Das war natürlich auch bei der PC-Version ein riesen Vorteil. Da hat man, ja, wie soll ich sagen, einfach Quick-Safe gemacht. Siehst, jetzt heilen wir uns ein bisschen, können uns runterbrocken und ein bisschen heili-heili machen. Das ist auch ein sehr guter Vorteil, äh, so zwischenheilen. Finde ich immer wieder geil in Spielen, wenn man so ein kleines Heilungsphänomen hat. Später können wir spontan heilen. Das heißt, wir können uns dabei bewegen, rennen und so weiter und heilen extrem schnell. Da brauchen wir aber extrem viel Jedi-Power auch damit. Oder Macht aus Dauer oder wie man das Ganze auch hier drin nennt. Aber momentan ist die Anfangsstufe noch, dass wir uns hinhocken und so ein bisschen meditieren müssen. So, dann im Moment lang. So, kann ich den Sprung jetzt nochmal... Au, Alter. Ach, nochmal kurz drüber nachdenken, was ich hier mache. Achso, ich könnte auch direkt hier rüber springen. Komm mal, Sprung an. Ja, ist natürlich viel einfacher, ne? Also, da stelle ich mich aber an. So, Lichtschwert aktiviert. Ich höre schon die erste Schockenhaftigkeit. Auch hinter uns. Alter. Gerade habe ich die Jump'n'Run Passage hier noch gelobt, dass die gar nicht so schrecklich sind, wenn wir spielen. Aber die Prinzipien, wie gesagt, mit Maustastruktur war das schon wesentlich präziser. Ja, ich wäre schon achtmal tot gewesen. Hätte ich nie so einen kleinen Schirm mit... Siehst du, das grüne, die grüne Zahl unten, die 8 ist eigentlich mein Schutzschirm. Jetzt war mal auf 100. Ich sehe, wie schnell das geht. Jetzt werde ich noch geballert, aber auf den nehme ich mal gar keinen Rücksicht gerade. Ich will mir diesen Typen da oben krallen. Den anderen, den Ziff. Und Geschwindigkeit rein. Oh Gott, er ist genauso dumm wie ich. Oh Gott, er hat mich gut erwischt. Wir müssen ja erstmal seinen Partner ausscheiden. Das ist der Lichtschweckknappe. Er wird der Laserknappe. So. Jetzt greifen wir uns dich. Oh Gott, ich wollte mich gerade heilen. Ich wollte gerade die Schwierigkeit machen. Ich habe die falsche Kraft ausgewählt. Komm her, Digga. Ah, es war ein Treffer. Wir haben bisher noch den normalen Stil. Ich habe immer der Wammels, den starken Stil bevorzugt. Jawohl. Schöne. Es sieht noch wirklich unkriegt. Ich konnte das früher wirklich mal gut. Das wirkt jetzt alles so extrem unkontrolliert. Wir haben ein bisschen Heilung aufgenommen. Hätten wir noch gar nicht machen müssen. Wir hätten auch zwischenheilen können. Hier geht es wieder raus. So, Scheibe auf. Aber ich denke, ihr wisst jetzt ungefähr, wann das Spiel damals so viel Spaß gemacht hat. Es hat einfach einen gewissen Stil, der gut reinhaut. So, wir haben ja zwischengeheilt. Da ist noch der andere Typ. Da kommen wir jetzt eh nicht mehr hin. Also könnten wir schon noch. Aber ganz so blutlustig bin ich nun auch nicht. Entschuldigen Sie, draußen blitzt. Ich würde... Deine Mama, Junge. Komm, diese unnötige Pirouette. Was willst du tun? Ich habe jeden Style, Alter. Okay, jeden Style. Dein Leben. Der verarscht mich doch gerade. Warum treffe ich dich nicht mehr so gut wie früher? Ich brauche eine kleine Heilung. Ja, die Heilung macht das Spiel wesentlich einfacher. Ich kipps zu. Ich merke gerade, dass es viel zu einfach mit der Heilung wird. Alter. Hat er mir gerade so uitzig mal reingeputzelt. Aber ich nutze die Heilung trotzdem. Ist mir scheißegal. Das ist hier Jedi-Style. Ach, verdammt. Jetzt bin ich geheilt. Deine Mama, habe ich doch schon mal gesagt. Die hat angeklopft. Dein Essen ist fertig, Junge. In der Hölle. So, baller du mal. Gleich bin ich bei der drüben. Und dann geht es noch schlecht. Und nochmal kurz zwischenheilen. Ja, ich liebe diese Kraft einfach. Und die macht das Spiel wesentlich einfacher. Vielleicht auch zu einfach, wie gesagt. Aber später am Spiel ist das keine große Hilfe mehr. Da kommt es wirklich drauf an, gegen mehrere Leute Lichtspätkämpfe zu bestehen. Die schnetzen einen so schnell nieder, wenn man es nicht drauf hat. Und noch haben wir es nicht drauf zugeben. Da ist auch zu. Wir müssen ja nur diesen Zug stoppen. Das kann ja nicht so schwer sein. Oh, ich wusste, glaube ich, dass Max Starday Ready spielt. Auch mal interessant. Ich glaube, wir müssen da oben rüber. Irgendwas habe ich. Was das hier ist? Man hat die... Nee, wir müssen irgendwo rein. Ja. Aber hier geht es nicht rein. Ganze Zeit schön aktiviert ist nicht schwer. Gibt es da oben? Ach, da oben geht es auch nochmal ran. Wir müssen irgendwo einen Weg nach oben finden. Ich glaube, ich habe gerade den falschen Weg gewählt. Hm. Wie kommen wir am besten hier über diese Schräge? Nee. Drüben eine Tür? Geht es hier rein? Hier geht es rein. Okay, dann werden wir erstmal den Jungen erstmal. Alter! Imperiales Sturm, Schnellfeuergewehr aufgenommen. Sehr gut. Das ist auch noch eine geile Waffe, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die Laserwaffen, die Schusswaffen sind hier nicht so brauchbar. Obwohl, das ist ein Container, den könnte man sprengen. Da könnt ihr euch mal kurz mal das imperiale Sturmgewehr zeigen. Schön, ne? Und es hat noch einen alternativen Energie-Granatenfeuer-Modus. Okay, wenn die Energie nicht alle wäre. Das hat auch einen alternativen Modus, der alte Staubsauger. Da kann man nämlich sowas machen. Aber wie komme ich jetzt aufs Dächle? Hier hinten ist ein Übergang. Halt, wo ist mein Nichtschwert? Braucht das. Ach Gott, der Fahrstuhl. Könnten wir bitte mal wieder hoch? Schön, diese Fußbetätigungs-Fahrstuhle. Komme ich hier durch? Indem du der Lichtschwert wirst. Dachte ich. Hm. Ja, ernsthaft, wie komme ich jetzt hier durch? Ah, okay. Nee, das ist in der Fahrstuhl, oder? Das ist ein Sprengpaket, das ich habe? Entschuldigen Sie. Lass mich rein! Was muss ich hier zu tun? Bin ich jetzt schon überfordert mit der ganzen Angelegenheit? Nee, da sind doch diese kleinen roten Dinger dran. Die kann man doch kaputt schießen da. Die da. Da ist doch rot angezeigt. So, eins. Jedi-Style. Oh, zwei gleich. Ich habe nur einen gesehen. Ah, langsam komme ich wieder rein in diese Lichtschwert-Metzelei. Aber nur langsam. Mach's auf den Deckel da oben. Ich muss ein Jedi lang. Ey, das Wort Jedi werde ich hier, diesen Let's Play, wenn ich es dann irgendwann mal komplett machen sollte, inflationär benutzen. Ohne Scheiß. Ganz Tag nur Jedi-Yi. Alter. Zu einfach, du hast mich fast gesprengt, du Affenkopf. Das war übrigens mein, mein Großmeister. Der hat mir gerade fast die... Okay, ihr wollt spielen? Spielen wir das gut als Jedi spielen. Und das Heilungsspiel. Das ist besonders wertvoll. Nee, heile dich doch mal. Ah, was ist anstrengend. Jedi ist anstrengend. Zack. Ah, da ist dieser komische... Okay, wir müssen nochmal zurück. Der snipert uns ganz schön weg. Und ich will ihm dasselbe geben. Oh Gott. Nee, ich muss genau erzielen. Alter, das rappelt. So, jetzt haben wir ihn aufgelöst. Nicht mehr viel Energie, aber dafür haben wir Jedi-Power. Ihr seht, wie meine blaue Jedi-Anzeige rechts abnimmt und immer mehr sinkt und sinkt und sinkt. Und meine Heilung wieder oben ist. Alles gar kein Problem, bis auf diese Sprünge. Ui. Aber wie gesagt, später kann man 80 Meter weit springen, 1000 Meter hoch gefühlt. Da ist das mit dem Springen gar nicht mehr so das Problem. Das ist nur, wenn man so einen kleinen Minimalsprünge macht, da kann man sich ein bisschen verschätzen. Das ist nicht so, dass man später gar nicht mehr... Mann, schnallt er. Irgendwo runterfällt, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist arg gesenkundig. Kontrollpunkt. Jedi-Style. Er merkt schon, langsam läuft es ein bisschen besser. Boah, im Gegenteil, Jedi-Style. Sith, du willst ja draußen kämpfen, komm her. Lasst uns ja mit Schrägen kämpfen. Oh. Okay. Dachte ich ja auch. Okay. Er nutzt meine Schwäche nicht aus. Weit kommst du nicht. So, jetzt müssen wir erstmal... Wir haben nichts mehr für einen Machtsprung. Ich würde jetzt nach unten fallen, wenn ich springen würde. Ich würde mich auch nicht voll aufladen. Ich möchte ihn schon noch ein bisschen... So, Digga. Kleiner Sprungangriff. Dann liegt er nämlich breite. Und dann können wir nämlich angreifen. Zack, Junge. Scheiß Kerl. Und da war die Hand ab. Guck mal. Geht doch. Kann ich noch ein bisschen... Nein. Und trotzdem ausholen. Oh, ich liebe dieses Spiel einfach. Es macht einfach Spaß. Es fühlt sich mit Joy-Con-Style und Swinggelenk an. Muss ich zugeben. Auf keinen Fall so geil wie mit Maus und Tastatur damals. Aber ist okay. Kann ich das jetzt? Ist okay, man kann damit leben. Was zur Hölle? Was? An was bin ich denn jetzt gestorben? Das versteht doch keiner. Ach, ist eine Bombe? Dann muss ich den jetzt schnell fertig machen, oder was? Ohne lange rum zu putzen hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum wird das dauernd die Bombe gezündet? Zählt die Bombe, Mann. Ja, wie soll ich die denn schärfen? Komm her, Junge. Ich mach dir hier Bombenstimmung und einen kleinen Sprung an... Oh, der hat nicht gesessen. Aber der Rücksprung. So, und den anderen Typen muss ich jetzt mal schnell mit einer Knarre loswerden. Ich sag immer, die braucht man nicht. Das lenkt sich aber auch nicht gut. Okay. So ist man nicht schwer. Ah, okay. Händschaft. Was ist denn heute Tanken noch? Was, wer will denn jetzt was? Stören die nicht beim Tanken. Sie wollen Sie in die Station jagen. Du musst zum Kontrollraum gelangen und sie so stoppen. Mach ich. Aber erstmal tanke ich noch ein bisschen hier Schildenergie. Ist nämlich immer gut, ein bisschen Schildenergie zu haben. Und noch ein bisschen 3% Heilung und Arbeit. So. Wer ist da? Ich bin da. Der Jedi. Oder die Jedi. Heißt das Jedi? Ist das Jedi? Nee, ich glaube, weiblich die Jedi heißen auch Jedi's, oder? Alles Jedi's. Da gibt's keinen sexuellen Unterschiede. Kommt schlecht her und so weiter. 63 Schild schon wieder nur noch runter. 39, das ist ja unglaublich. Die Schilden will ich ganz schön nur runter. Also im Normalfall, wie gesagt, irgendwann können wir auch die Macht... Alter, ich hab die Karten vorüber gebrannt. Irgendwann können wir noch die Machtwürgegriff machen. Den Machtschub verstärken. Da können wir Leute einfach die Akten runterwürgen, runterwerfen. Oder noch besser, Elektrizität einfach runter. Oh, quasi. Okay. Der Trip war schlecht, Junge, für dich. Die machen aber gerade nur... Ich will mal vertikale Angriffe mehr machen. Aber die Leute halten sich Hintergrund raus. Okay. Machen sie später nicht mehr so ehrenvoll. Die Stau... Nein, ich wurde aufgeschlitzt. Nein. Da war schon das Kontrollz... Ey, das lass ich mir nicht bieten. Und wieder hier fange ich an. Das habe ich schon so viel von diesen Nullchen getötet. Der Kyle ist eine Bombe an Bord. Ja, machst du noch einfacher. Der hat so... Guck mal, wie viel Treffer der schon abkriegt hat und immer noch steht. Ja, diese geilen Moves, die können wir ja auch irgendwie machen. Aber ich weiß nicht mehr, wie. Digga, das war doch gar kein Ding. So, Bombe deaktiviert. Wieso überlebst du... Der hat so viel Treffer von meinem Lichtsperr. Okay, wir wissen jetzt, dass wir dann ein bisschen vielleicht doch mit dem Knar arbeiten müssen. Musste ich früher gar nicht. Da war ich aber cool. Und habe mich nicht so angestellt hier. Das war ein Headshot mit einem Lichtsperrt. Also, sobald man einen Headshot sagen kann. Haben hier nicht irgendwelche, die mich sonst genervt haben? Ne, das ist auf der anderen Seite, ne? Das ist eine schöne Pirouette, Junge. Komm, ist gleich die Doppelpart. Hat der mich getreten? Ich fass es nicht. Die sind so respektlos. Von der Jedi-Dame. Das ist richtig frech. So. Ich schiebe mal ein bisschen Heilung nach. Und dann schießen wir die Typen über den Jordan. Ah. Ne, ich mach das in Jedi-Style. Okay. Ich hätte das leicht in Jedi-Style. Ich wollte den Jedi-Style machen. Und zieh eine Waffe. Also... Der Wookie-Bodenspanne... Alter, du bist dir das Nitschigste von allen. So, dein Kumpel ist weg. Jetzt bist du alleine. Wo ist er hin? Wo ist unser kleiner Lichtspiel? Wo ist er hin? Ach, dahin ist er hin. Und das ist meine ganze Beleidigung, die ich rauspiepsen musste. Ist ja unfassbar. Und hier musste ich eine Beleidigung rauspiepsen, die nicht reinpasst in mein Format. Denn die politisch korrekt zwar war, aber trotzdem ziemlich log. Äh... Und Tschüss. Äh, Heilung. Ach Gott. Eieieieieiei. Okay, wir haben die Mission beendet. Und mit diesen Missionsbeendungen werde ich auch das Let's Play beendet, liebe Freunde. Äh... Denn meine Mission ist beendet. Wir haben es geschafft. Ich spiele mal, wie gesagt, das ganze Let's Play. Aber erst mal nur so der erste kleine Einblick. Äh... Was uns hier erwarten wird bei Jedi Academy. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich bin gerade ein bisschen hier reingekommen. Ach, Schnauze. Und Schnauze. Und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Bock auf dieses Game bekommen. Denn es hat durchaus das noch verdient, gezockt zu werden. Daher sage ich jetzt, danke fürs Reinschauen. Und bis die Tage. Und... Ciao.